Assalamu alaikum muchachos, wir sind wieder am Stizzle mit Rainbow Six Siege Ranked auf Bank unterwegs, zusammen mit Mabossa. Bonsoir. Boom, was geht? Seewolf auch wieder dabei. Genau, Seewolf war auch dabei, der Stizzle, der Seewolf. Ich nehme Termite, würde ich sagen, ich weiß nur nicht, ich nehme glaube ich erstmal Betäubungsgranaten. Und spawne. Jouvelierfront. Nächste Runde, mal sehen wo die Dinger sind, wahrscheinlich eh bei den Schießwechern. Ich fahr in meiner Drohne schon mal hier rüber zum Bulli. Weil es interessiert mich eigentlich ziemlich sehr, wo der Rest ist, ich wusste nur. Oh, was, warte mal, warte mal, da hat es für mich gerade gegruschelt. Noll, in oben. Oh, toll. Wunderbar Marvin, jetzt habe ich einen Riesenumweg genommen. Fake News. Fake News. Wo ist die? Haben wir den Fütsch dabei? Haben wir. Na, es erklärt einiges. Ah, wen haben wir denn hier im Fahrstuhl? Erstmal, dass ich sehe, dass jemand in der ersten Runde schon ins die Obero geht. Auf Bank. Oh. Hallo. Hallo, Madame Avera. Wo, wo ist sie? Oben war sie. Wir sind ja auch im CEO-Bow, ne? Oh, ich liebe CEO-Bow anzugreifen, das ist ja geil. Sind nicht CEO. Doch, sind sie! Ziemlich ficken, Alter. Willst du mir noch dreimal Fake News geben, oder was? So, ähm. Gehen wir mit meiner Drohne hier nach oben und dronen hier mal ab, ob die Cavera hier irgendwo rumfleicht. Geht das hier eigentlich? Was denn? Ja. Geht. In der Besenkammer ist niemand. Was mit Office ist? Ah, die Cavera ist schon tot. Office ist auch nichts. Ich wurde gerade entdeckt, wo ist hier die Cam da. Okay. Okay, dahin ist immer noch Free. Ich mach mal langsam. Lol, da ist nicht mehr verstärkt. Ich brauch aber langsam, also ja, ich mach jetzt Thatcher. Kannst du mir eben hier ne Drohne, äh, Thatcher-Nate geben? Warte. Dann kannst du, hast du, ähm. Hast du Sprenger? Sprenger habe ich nicht. Ich hab's nicht selber. Leider nicht. Throw fucking Bother! Oh. Hauptsache, die Ashe läuft genau vor mich, Alter. Blendsgranate in der Luft! Hä? Wo war das denn? Nackt der, oder was? Ich hab's richtig schön zu viel in den Luftfresser geflogen, Alter. Schnell töten, bevor sie's auslöst, ey. Ah, mein Claymore. Oh, pick! Auf einmal ist da der Rekrude im Gang und blickt einfach gar. Ähm. Weiter geht's! Ich hab gerade noch gerne so viel mehr aufgemacht, aber das ging nicht, weil die Ecke rechts hinten war wieder gemutet und du warst schon wieder weg woanders. Ähm. Ja, wo wollen wir hin? Schließfächer? Ich hab Schließfächer, ich hab da einen richtig geilen Valkyrie, äh, Campspot. Zwei Stück. In der Garage hab ich einen und einen in diesem komischen Büro. Södeln! Hier die Wand erstmal zumachen. Das Fenster zumachen, damit wir keine Drohnen hier reinspringen können. Dann wird hier zugemacht. Tool! Außerdem mach ich noch die Garage die Wand zu. Und jetzt zwei geile Campspots. Loin. Einmal Garage und zwar einmal hier im Auto. Da drinne. Und dann haben wir nämlich auch hier in der Ecke, da einen geilen Campspot. Nein. Du sollst da reingehen. Loin, geht er nicht mehr? Haben sie ihn rausgepatcht? Er geht nicht mehr. Loin, jetzt kommt nicht mehr in die Cam ran. Nein! Meine Cam! Meine wichtige Cam. Du bist da, oder was? Hm? Oh, einer von uns ist tot. Soll er hier noch eine Cam hin? So, jetzt gucken wir mal. Die Autocam geht auf jeden Fall noch. Normalerweise kommt man immer die Cam hier noch da oben rein wagen. Ich hör gar nichts mehr. Glash Garage. Ja, die sind Garage. Zu dritt. Glatz, Ash und Termites sind Garage. Du redest eindeutig zu viel. Ich hör hier gar nichts. Wo? Server Raum. Von oben gekommen. Oh, sorry. Oh. Oh. Ey, das kann... Oh mein Gott. Wie wir zerrissen werden. Aber, dass die auch genau im richtigen Moment einfach wieder rüber laufen. LOL! Alter! Naja, sie mich hat total gefickt, dass die ganze Zeit gelabert wurde. Ich spottet... Ich spottet... Ich spottet... Ich spottet... Ja, ich wollte dir die Cam Spots vorstellen. Eeeh... So, weiter geht's! Oh... Ich will wieder... Termite nehmen. Termite Juwelier. Die letzte Runde haben wir sie ziemlich hart weggefickt. Diese Runde haben sie uns ziemlich hart weggefickt. Aber... Vielleicht muss Dirk einfach ein wenig erreden. Es geht! In die dritte Runde. Und diesmal wird sie wieder angestrengt. C.O. 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 Wieder C.O. Okay. Komm hier aus. Okay. Nein, scheiße. Muss er weg! Muss er weg! Sagt, ich bin rüber ins Büro und ich spott nochmal um auf Seitengasse. Dann bilden Sie mich schneller hier. Nein, ich hab Seiteneingang gemacht. Oh, fang, fang, fang! Ah... Er hat ihn nicht umgebracht. Oh, lol. Die hat man doch schon tausend Jahre vorher gesehen. Der war auf ihn gezielt. Ich war auf ihn auch betroffen, aber... Obwohl ich wieder nur seinen Kopf sehen konnte, hab ich seinen Kopf nicht getroffen. Obwohl er damaged. Okay, wir kommen nicht mehr rein. Alter, auch... Was?! Jungs, Alter! Blocks! Ja, weiter! Weiter, weiter! Ich hab's wieder unverstärkt gelassen. Mhm. Auf jeden Fall kommt hier von unten was. Da kriegt die ganze Zeit der Scheiß. Kannst du in die meine Drohne gehen? Ja, aber die ist auf die Scheiße gestellt. Oh, leider. Oh, leider. Oh, leider. Nee, übrigens ist ganz rechts die Weißen gestellt. Hier schon. Jolo unterwegs. Und, mhm. Free. Dann versuche ich da mal rein zu gehen. Jolo. Guck mal, ob er... in einer kleinen Scheiß-Ding drauf gefällt ich. Nee. Oh. Oh. Na, keinem ist weg. Hey, du war kämpft. Wann ist er angefrackt? Ich habe jemanden markiert und dann gibt es Guns. Perfekt. Dings. Perfekt. 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 Wow. Der liegt auf der Leiche? Ey. Ey. Oh man. Das war für mich einfach... Aber es war auch eigentlich nicht machbar. Also. Einfach. Die sind zu dritt am Anfang gestorben direkt. Hm. Ich hätte nicht auf Seitengasse umspawnen sollen. Oder ich hätte einfach nur in Deckung laufen sollen, statt so zu killen. Und dann wurden auch noch zwei andere umgebracht. Ey. Die sind echt nicht gut. Die sind nicht gut. Kein bisschen. Ähm. Deswegen ist das so peinlich hier gerade. Alter. Die haben... 3 ziemlich krasse Pink. Äh. Wo... Wo wollen wir Deffen? Schießbecher. Eigentlich wäre Archiv easy win. Runde Nummer 4. Und diesmal aber hier... Wird hier rumrasiert, Alter. Ich hab... Kein Bock, mich wieder so... weg... schnappeln zu lassen. Hier. Aber mal ganz im Ernst. Wir haben echt... Drei Leute mit super krassen Highpicks im Team. Fick dich, du Scheißteil, Alter. Die Gegner haben den Clou... Neue Überschrauben läuft. Zehn Sekunden. Gerät wurde aktiviert. Zehn Sekunden. Seine Sekunden. Die Gegner haben den Clou... Neue Überschrauben läuft. Zehn Sekunden. Gerät wurde aktiviert. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zack. Zack. Ja, schön. Garage kommt es jetzt nix. Hab ich! Nice. Garage, still clear. Kannst du einmal markieren, dass ich ungefähr weiß, so? Ja, ja. Garage ist nun. Ach so, ja. Ah doch, jetzt, jetzt kommt was, Garage. Ach so. Komm jetzt gerade rein. Lol. Vielleicht wird meine Kräfte sein. Was ist das denn, ey? Blackbird. Blackbird ist hier in die Galle. Da war's. Na, ey, ich verrufe doch. Hab ich. Was ist der letzte? Blackpairt Garage. Garage? Okay. Blackpairt Garage, ja. Brauch nicht. Dritte ist im Gang, ist vorne im Gang. Nice. Wollte ich sogar messern können, schade. Egal. Hättest du messern können. Drei kills. Ich bin extra nach oben gegangen, ich wollte eigentlich... Kennst du den Peekspot, wenn die in die Garage unten reingehen? Dass du oben aus dem Fenster springst, da wollte ich eigentlich rausspringen und dann hinter dem Blackpair in die Garage reinlaufen können. Hermite. Okay. Okay. Wir haben uns wieder auf einen Gleichstand gearbeitet, beziehungsweise eigentlich hat Marvin uns zu einem Gleichstand hochgearbeitet. Jetzt müssen wir ihn da wieder ein bisschen durchschäfen. Ich denke mal, sie werden Großraum sein, oder? Hey, sieht aus wie Keller. Ja, Keller. Jetzt sind sie Schließfächer. Okay. Okay. Mal sehen, ob sie auch da beim Server Room die ganze Zeit rumbitschen. Okay. So. Gehen wir noch... Juwelier! Nein! Die haben eine Drohne! Fuck! Die sind auf jeden Fall Serverraum. Sehr schön. Sehr schön. Der mitraunt Behälter wurde lokalisiert. Oh, dann kann er eine Drohne mehr da haben. Schlecht. Ich schick nochmal direkt eine Drohne runter. Da kam gerade wieder zurück. Aber wie sind wir hier gespawnt? Aber ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich laufe ein Montagne rum. Okay. Ich muss sie abbauen. Hier ist die richtige Action. Also wir kommen jetzt von oben. Deswegen, wir verscheuchen die Rechter. Ich komme von oben? Okay, perfekt. Ich kann sich da vielleicht ein bisschen Stress noch machen. Warte auf! Mach da mal einfach den Drop auf. Dann haben die schon Angst. Naja, ich kann über den euch. Hier war die Kavira gerade irgendwo. Ich weiß nicht wo, leider. Es ist Zeit, wir müssen los. Awww. Was ist da schon wieder los? Zwei Kills, zwei weg. Warte, bis der Montagne da ein bisschen Druck macht. Weil so bin ich hier echt am Arsch. Aber ich glaube, der läuft in eine andere Richtung. Der geht andersrum. Oh, fuck ey. Kann ich eigentlich auch nicht weitergehen. Muss aber. Und äh... Stairs... Und the little stairs... Wo ist... Black... Äh... Jäger. Fuck, ich bin hier richtig am Arsch. Die müssen runterkommen. Ja, jetzt bewegen sie sich langsam in die Richtung. Archiv ist der Jäger. Ach, Archiv ist der Jäger? Ja. Ja. Okay, also einen Raum weiter. Nene, der ist oben. So, echt? Geh'n wir langsam weiter. Geh'n wir langsam weiter. Mach'n? Ich glaube, da dürfte nix kommen. Ich glaube, da dürfte nix kommen. So oder so, musst du dann vorwärts machen. Wow, wie hab' ich denn geschossen? In meinem ersten Schuss war er eigentlich schon tot, ey. Hab' ich doch nur sein Gesicht gesehen. Also, ich hab auch ges... Also, erster Schuss war bei mir so aus wie Headshot. Nein, verbleib'n ja. Oh, please, ey. Dann hab' ich total verzogen. Hm. Hallo? 18 Sekunden. Do something. Es bleiben noch 15 Sekunden. Loll! Küsst euch doch! CO-Büro? CO-Büro, sieht so aus. CO! Södle! Das ist doch schaffbar! Auf jeden Fall! Wir geben hier nicht auf. Mal sehen, wo ich jetzt überall Kapkannen fallen mache. Also, den müssen wir auf jeden Fall zu machen. Also, langsam müssen wir den Crap mal... Ja, sehr schön. Oh! Hier noch. Ich hab' gar nicht so'n Scheiß-Operator, Alter. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Hauptsache, der muss durchs ganze Gebäude laufen, in der Vorbereitungszeit, um seine Fallen anzubringen. Hat aber drei Rüstungspunkte und läuft so ne Schnecke. Ich hab' noch zwei Wandverstärkungen. Das wird sie aufhalten. Brauchen wir irgendwo welche? Oh, er ist los! Wo? In der Main Hall? Oder was? Ja, wieder war mal ich da. Sehr überrascht, dass ich die da schon gesehen habe. Thomas hat gerade hier die Cam weggemacht. In der Lobby. Nachladevorgang! Yo! Yo, welcome! Der dreckige Jackal hat mich gerade schon angekündelt. Oh fuck! Ich glaube, ich laufe hier schlecht rum. Ach, von da kommt er. Ok, da schießt irgendwo der Glatz rein. Hauptsache der hat schon geschossen, in dem Moment, als ich gerade dachte, ok, ich laufe jetzt los. Da hat der gegner Stunde auf mich geschossen, alter. Kann er mich ficken? Alter, wo knallen die denn hier durch? Ashdown. Sehr schön. Ayros Ladung blockiert. Nice. Leonard hat sich eine geholt. Kles hat Wollekern, der hat durch den Schrank durch auf mich geschossen. Er sieht mich noch nicht mal mit seinem scheiß Thermal und schießt auf mich. I don't know. Oben. Fünfzehn Sekunden. Ein Gegner verbleibt. Zehn Sekunden. Batsch Jäger. Sehr schön. Endlich habe ich mal ein bisschen aufgeräumt hier. Hol mir einen runter. Die Waffe von dem Topker, muss ich aber sagen, ist richtig geil. Alter Schwede. Ja? Die verzieht so gut wie überhaupt nicht. Puh. Verlängerung. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. So, in der Verlängerung zerficken wir sie jetzt. Ich würde Termite wieder nehmen. Wobei ich Termite mir die ganze Zeit so schreißig. Dann gib mir mal Termite. So, jetzt machen wir sie richtig fertig. Wir brauchen auf jeden Fall einen Thatcher. Okay, wir haben einen Thatcher. Ich spawne erstmal Juwelier. Mal gucken, wo die da sind. Verlängerung. Jetzt wird rasiert gegen den Sprich. Das müssen wir hier mal ordentlich wegschäfen. Ich fahr mit der Twitch schon rum und gehöre mich um ein paar Camps. Wäre erfreut, wenn du sie holst. Ich ziehe aus und sie nicht. Ah, okay. Dann sitzt du unten. Jep. Dann fahr ich doch schon mal. Dann fahr ich mal hier runter. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ah, fuck! Hier, wir gehen ja eh, denk ich mal über dir, ne? Sie, Juwelier bin ich auch gespawnt. Lass mich kurz mit der Drohne vorgehen. Ja, ich hab auch meine Twitch schon noch hier. Okay, kannst du erstmal runter? Hier sind noch keine Verteidigungs-irgendwas. Der Serverraum ist für hier. Hier wurde reingefossen. Serverraum ist für hier. Die da überhaupt? Geh schon mal vor. Ich fahr mal eben ein bisschen vor hier. Oh, Valkyrie! Nice one. Ja, da wollte der T. Benze wieder vorne rauspicken. Da hab ich ihn erstmal mit meiner Twitch-Drohne angefickt. Und die markiert. So. Warte, hier war was. Nein. Okay, mein Drohne ist down. Genau, hau mal die Twitch-Drohne raus. Warum macht der Fluss das, Alter? Mach doch auf jetzt! Drohne aktiviert. Lademagazin! Noch ein Gegner übrig. Einen verletzt. Okay, brauchen wir den letzten? Ich hab einen verletzt. Ich muss hier oben kriegen. Soll, ist der nicht? Der war schon tot. Ich bin hier einfach reingelaufen, Alter. Richtig Selbstmord. Oh? Ist er einmal rumgelaufen, er war nicht hier. Nein! Oh, Loll. Wo? Bei mir, bei mir, bei mir. Was heißt, bei dir im Raum drinnen, oder? Ja, er ist gerade reingesprungen bei mir. Äh, hast du gestern aufgezählt? Nice. Äh, wie konntest du ihn nicht killen? Ich bin von... Als ich gesagt hab, bei mir, ist er bei mir übers Fenster rüber gesprungen. Also genau da. Na, ich war doch im Tresorraum. Also genau da. Ja, du standst schon da, hast du geahmt. Ich hab doch hinten gesehen. Ich war... Also du verletzt warst. Jedenfalls ist er tot und wir haben gewonnen. Nice Shot by the Boss Earth! Hauptsache, ich hab gedacht, der letzte Typ, den ich gerade gekillt hab. Oder den ich... Ich hab verletzt in einem Hut. Und dann auf einmal hieß es nur, letzter Typ. Und ich bin einfach losgesprintet, Alter. Wie so ein Bekloppter. Und... Ich hätte auch ganz schnell ab Schnauze. Also ich hab einen Schnauze bekommen. An der Stelle. Wo gehen wir jetzt hin, ist die Frage. Oh, die ganzen coolen Sachen sind weg! Hallo, wo gehen wir hin? Wo ist er im Büro? Okay, guten Startstoß! Letzte Runde Deffen. Jetzt... Ist hier... Ruhig bleiben angesagt. Hm? Wir können's jetzt beenden. Also das war wirklich unschmuf. Von Anfang an hatte ich schon gesagt, die Gegner sind echt nicht gut. Aber... Wir haben uns einfach immer, komischerweise, doch fertig gemacht. Also wir sind... Vom Scale her auf jeden Fall besser. Will ich ja mal meinen. Drei Camps hab ich schon gehört. Viel Camps sind direkt, die ich gesehen habe. Ich hab auch eine. Ich hab auch schon weg. Oh, okay. Ja, wir sind immer weit. Ja, müssen wir. Nur noch 10 Sekunden. Sorge mehr wegen der Granaten. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Noch 5 Sekunden. Oh, ich verschwinde nach oben. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Nein. Nein. Oh, da ist schon was. Unten im Raum ist schon was. Im Serverraum. Ja, Sledge ist im Serverraum. Die Bana ist weg und... Ich und Glass kommen noch raus. Nicht markieren, nicht markieren, nicht markieren, nicht markieren. Okay. Piekt an der Tür, piekt an der Tür. Piekt an der Tür. Wo denn? Nein. Nein. Im Garage. Hier ist Sledge. Nice. Der letzte Glatzfahrgarage. Glatzfahrgarage. Aber pass auf, das ist Glatsch. Das ist Glatzfahrgarage. Ja, da hat er mich gekillt. Nice. Oh. 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 Nice. Oh. 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 Lol. Wow. Das war aber auch... Lang, Alter. Meine Fresse. What the fuck, man? Nice. Dramatisch. Was ist das Gäste. Oh. 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 Oh.